Ach ja, heute haben wir erneut ein sehr interessantes und gänzlich unkontroverses Thema. Nämlich die Grundlage jeder Gesetzgebung. Und wie so oft fangen wir mal wieder mit einem hübschen deutschen Fallbeispiel an, nämlich der berüchtigten Seehoferschen Asylanten-Obergrenze, die genauso im Sande verlaufen ist wie alle anderen Scheindebatten zwischen CDU, CSU und SPD. Zum Einstieg ein Kommentar von Wolfgang Schäuble. Dieser meint zur angedachten Begrenzung der Asylströme folgendes. Die Symboldebatte braucht keinen Mensch. Erstens kennt das Grundrecht auf Asyl per Definition keine Obergrenze und zweitens machen Rückführungsabkommen und Aufnahmezentren an den Außengrenzen Europas die Obergrenze überflüssig. Der Streit in der Union sei jetzt vorüber. Er habe zwar nichts genutzt, aber nach zu karten bringe auch nichts mehr. Oh Wolfgang, oh Wolfgang, da sehe ich etwas anders. Denn auch wenn das ganze Konzept der Obergrenze tatsächlich nur inhaltsleere Symbolpolitik und ein herumdokternden Symptom darstellt, so offenbart sich in Aussagen wie diesen doch eine zentrale Problematik innerhalb unserer Führungsriege. Aber dazu später. Auf die bisherige Erfolgsgeschichte der Rückführungsabkommen und die Idee mit den Auffangzentren an den europäischen Außengrenzen will ich schon gar nicht im Besonderen eingehen. Ich denke, die derzeitigen Realitäten von Rücknahmeverweigerung und Frontex Shuttle Service sprechen für sich. Siehe dazu zum Beispiel diesen Artikel. Oder diesen. Oder ganz speziell diesen Weltartikel hier, in dem in einiger Ausführlichkeit dargestellt wird, dass wir es in diesem Land einfach nicht zustande bringen, ausreisepflichtige Menschen auch abzuschieben. 2015 gab es demnach 200.000 Leute dieser Kategorie. Tatsächlich rückgeführt haben wir etwa 10% dieser Menge. Und was ist dafür der Hauptgrund, mal abgesehen von der unaushaltbaren Inkompetenz und Verweichlichung unserer Landesvertreter? Nun, die Staaten der dritten Welt, aus denen diese Menschen kommen, weigern sich schlicht, sie wieder zurückzunehmen. Es wird sogar eine kleine kartografische Übersicht bezüglich dieser Nation mitgeliefert. Und nur so aus Spaß habe ich mal auf der Website des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit nachgeschaut. Ihr könnt es euch sicher schon denken, wir zahlen an praktisch alle diese Staaten Entwicklungshilfe. Und was das ganze Mittelmeer-Debakel angeht, die ZEIT hat einen jammervollen Artikel dazu veröffentlicht, aus dem ich eigentlich nur folgende Informationen mitgenommen habe. Die Herren Schlepper befüllen die Motoren ihrer Asylschaluppen nur mit genau so viel Benzin, dass der ganze Trupp internationale Gewässer erreicht. Dort ertrinken die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, dann entweder, oder werden von Booten der Europäischen Küstenwache, beziehungsweise von Nichtregierungsorganisationen eingesammelt und meist nach Italien weitergeleitet. Der ZEIT-Artikel urteilt dabei abschließend mit einem ziemlich unzweideutigen Statement. Mehr davon! Langfristig muss man vielleicht mal in Afrika selbst etwas ändern, irgendwie. Aber fürs Erste muss unser sündiges Fleisch gereinigt werden durch den Dienst am Asylanten. Es gab dann unter dem Artikel dann auch noch den einen oder anderen etwas kritischeren Kommentar. So zum Beispiel diesen hier. Aus humanitären Gründen muss Europa die Schiffbrüchigen aufnehmen und an sichere afrikanische Ufer bringen, das meist noch in Sichtweite ist. Und während ich mich an dieser Stelle noch fragte, wieso wir das eigentlich unbedingt müssen und ob jenseits des europäischen Kontinents der Begriff Eigenverantwortung eigentlich ein Schimpfwort darstellt, wurden meine Gedanken jäh vom Sohlenschlag der bunten Brigaden unterbrochen. Denn offenbar wäre bereits dieses Vorhaben menschenverachtend. In Afrika wären die Menschen im Gegensatz zu Deutschland nämlich nicht sicher. Außerdem würde das gegen diverse Gesetze und Urteile verstoßen, die man nicht ändern kann. Das müssen wir halt akzeptieren. Hm, was wir nicht alles müssen. Ich frage mich natürlich, was Captain Bund wohl sagen würde, wenn sich die Mehrheiten im Parlament ändern und neue Regelungen aufkommen würden, welche der derzeitigen Praxis gesetzlich den Rücken kehren. Würde er das dann auch akzeptieren? Ich habe da so meine Zweifel. Und außerdem, wer sagt, dass wir die jetzige Situation einfach akzeptieren müssen? Wenn Deutschland oder Europa sich morgen dazu entscheiden, die internationalen Asyl- und Seelontrettungsvorschriften einfach zu ignorieren, wer wollte uns dafür zur Rechenschaft ziehen? Die Amerikaner, die unter Donald Trump ihre eigenen Grenzen hochfahren? Die Russen unter Putin? Die Ostasiaten, die ihre Länder ebenfalls abschotten? Und nein, ich würde eine solch abrupte Verhaltensänderung ohne vorherige Deklaration in den allermeisten Fällen nicht befürworten. Denn ich bin kein Freund von willkürlichem staatlichen Gesetzesbruch. Mein Ziel ist vielmehr zweierlei. Zum einen möchte ich aufzeigen, wie lächerlich schwach internationales Recht oft ist, einfach aus dem Grund, dass sich niemand findet, der einen Verstoß auch sanktionieren würde. Aber dazu später mehr. Zum anderen strebe ich eine Änderung des Asylrechts und eine Anpassung an die heutige Zeit an, die es den einzelnen Staaten weitestgehend freistellt, ob, wie viele, und unter welchen Bedingungen sie andere Menschen bei sich aufnehmen wollen. Und die ihnen auch die Möglichkeit einräumt, mit den derzeitigen Krisen fertig zu werden. Zum Beispiel durch Abschiebung in Drittländer. Auch gegen den Willen der Betroffenen, die nur allzu häufig keine Papiere bei sich tragen. Aber kommen wir mal zur Obergrenze zurück und fragen Anton Hofreiter von den Grünen, was er von der ganzen Thematik hält. Wie einem Artikel der FAZ zu entnehmen ist, ziemlich wenig. Die Obergrenze sei kein Beitrag zur Lösung. Auch bei der CSU habe man keine Antwort auf die Frage, wie mit dem ersten Asylanten umgegangen werden soll, der nach dem Erreichen dieses Maximalkontingents an die deutsche Grenze tritt. Wenn es doch nur eine Partei gäbe, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat und die bereit wäre, Maßnahmen zu ergreifen, die sich nicht nach vollkommen wahnsinniger Selbstaufgabe anhören. Mir fiel da zwar eine ein, aber nachdem ich von unseren etablierten Medien diesbezüglich detailliert ins Bild gesetzt wurde, habe ich leider den Eindruck gewonnen, dass besagte Organisation im tiefsten Kreis der Hölle aus der Essenz des reinen Hasses geronnen ist und dass es Schwefel regnen würde, sollten diese Unaussprechlichen jemals über die Schwelle des Deutschen Bundestages treten. Schade eigentlich. Aber hören wir trotzdem mal rein, was die Diener des Gehaunten sozusagen haben. Aus einem weiteren Artikel der FAZ, erschienen im Januar 2016, geht er vor. Im Oktober sprach NRWs AfD-Landesvorsitzender Markus Pretzel auf einer Parteiveranstaltung in Rheindorf. Bürger fragten ihn, wie er, der Volljurist und Europaabgeordnete, die Flüchtlingskrise lösen würde. Pretzel sagte, die Bundesrepublik müsse einfach ihre Grenzen schließen und zum Beispiel einen Zaun bauen. Die Menschen werden den doch einfach überrennen, rief ein Zuhörer laut einem Bericht der Zeitung Rheinische Post in den Raum. Da sagte Pretzel den Satz, mit dem seine Partei seither in Verbindung gebracht wird. Er sagte, Grenzpolizisten sollten Flüchtlinge die Zäune übersteigen, auch mithilfe ihrer Dienstwaffe zur Umkehr bewegen. Mit diesen könnte man signalisieren, dass es nicht weitergeht, sagte Pretzel. Dass mehr als ein Warnschuss in die Luft nötig sein werde, glaube er nicht. Die Menschen seien ja vernunftbegabt. Man kann sich sicher denken, dass diese Position außerhalb seiner Partei auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, wohingegen die Kollegen Gauland von Storch und Petri, welche wohl am ehesten mit diesem sogenannten Schießbefehlkommentar in Verbindung gebracht wird, seine Ansichten teilten. Und ich tue das auch. Eine detaillierte Rechtfertigung meiner Zustimmung in diesem Punkt erfolgt in Kürze. Doch vorher will ich noch meine Betrachtung des Artikels abschließen. Diese erläutert in den nächsten Abschnitten nämlich die Rechtslage, auf die sich die AfD-Politiker berufen haben. Und zusammengefasst geht es vor allem um die Paragraphen 11 und 12 des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes. Dort steht nämlich geschrieben, Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht wird. Der Zweck des Schusswaffengebrauches darf nur sein, Angriffs- und Fluchtunfähig zu machen. Es ist verboten zu schießen, wenn durch den Schusswaffengebrauch für die Vollzugsbeamten erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Außer wenn es sich beim Einschreiten gegen eine Menschenmenge nicht vermeiden lässt. Gegen Personen, die sich dem äußeren Eindruck nach im Kindesalter befinden, dürfen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Ich persönlich finde diese Gesetzeslage eigentlich schon ziemlich vernünftig. Sicher kann man jetzt sehr lange darüber streiten, ab wann eine Person an der Grenze eine Gefahr darstellt, ab wann man dem Augenschein nach als Kind durchgeht und so weiter. Und in diesen Punkten würde ich wahrscheinlich deutlich harter und zu Ungunsten des Grenzübertreters urteilen als unsere derzeitige Rechtsprechung, aber als Grundlage ist diese Rechtsordnung meiner Ansicht nach durchaus brauchbar. Der FAZ-Artikel ergeht sich dann noch ein wenig in der Entkräftung der AfD-Positionen mithilfe sehr zweifelhafter Einwände. So schreiben sie. Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radeck, wies am Wochenende darauf hin, dass es an keiner Stelle der geltenden Polizeigesetze eine Rechtsnorm gebe, laut der ein Grenzübertritt von Flüchtlingen mit dem Gebrauch der Schusswaffe zu verhindern sei. Kein deutscher Polizist wird auf Flüchtlinge schießen, sagte Radeck. Wer ein solches radikales Vorgehen vorschlägt, will offenbar den Rechtsstaat aushebeln und die Polizei instrumentalisieren. Die AfD-Europaabgeordnete Beatrix von Storch äußerte am Wochenende in dem sozialen Netzwerk Facebook die Rechtsauffassung, dass ein Angreifer sei, wer das Halt an unserer Grenze nicht akzeptiert. Dann könne auch die Schusswaffe eingesetzt werden. Dass das nicht so ist, hatte der Bundesgerichtshof schon 1988 in einem Urteil klargestellt. Daran heißt es, dass ein Polizist niemals auf einen Menschen schießen dürfe, der nur seiner Anhalteverfügung nicht nachkomme, wenn nicht die ihm bekannten Gesamtumstände auf eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit hindeuten, wenn der Grenzgänger unkontrolliert entkommt. Durch die unerlaubte Einreise eines Asylbewerbers ist die öffentliche Sicherheit nicht erheblich gefährdet. Damals stellte der BGH klar, Paragraf 11 des UZWG bezweckte die Sicherung der Grenze vor besonders gefährlichen Tätern. Nun, es erscheint mir äußerst interessant, wie Journalisten und hohe Polizeibeamte die derzeitige gesellschaftliche Gefährdung und jene Rechtslage, die eigentlich zu deren Abwehr gedacht ist, interpretieren. Ich meine, im schlimmsten Fall ist ein unkontrolliert entkommener Grenzübertreter zurzeit ein dschihadistischer Selbstmordattentäter. Etwas weniger schädlich, aber immer noch völlig inakzeptabel wäre der Fall eines gewöhnlichen Verbrechers, von dem es unter arabisch- und afrikanischstämmigen Ausländern eine im Vergleich zur deutschen Durchschnittsbevölkerung deutlich erhöhte Zahl gibt. Man siehe sich dazu die aktuellen Polizeistatistiken und den Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen an. Und selbst wenn es sich bei den betreffenden Personen an der Grenze nicht um Kriminelle handelt, was man ihnen natürlich nicht ansehen kann, stellt alleine ihre riesige Zahl einen ernstzunehmenden Destabilisationsfaktor für dieses Land dar. Also für mein bescheidenes Gemüt zeigt dies alles ein Gefahrenpotenzial auf, das bei weitem ausreichend den Einsatz der Schusswaffe bei nicht befolgend gegebener Anweisungen zu rechtfertigen. Und an dieser Stelle kommen wir zum Kern aller Rechtsordnungen und zu jenem Aspekt, dem gegenüber sich Politiker wie Anton Hofreiter vehement versperren, dem Recht des Stärkeren. Denn sämtliche Gesetze, die wir haben, sind nur bis zu dem Punkt Gesetze, da es keine Instanz mehr gibt, die sie auch durchzusetzen vermag. Die Menschenwürde zu achten und zu ehren mag das oberste staatliche Prinzip sein, aber wenn der Staat keine Macht besitzt, dieses Prinzip auch durchzusetzen, dann ist Artikel 1, genau wie alle anderen Artikel und Paragrafen unserer Gesetzbücher, vollkommen wertlos. Recht hat immer nur der, der Recht auch erzwingen kann. Und wer Gesetze will, der muss bereit sein, für ihre Durchsetzung zu töten. Klingt brutal, ist es auch. Aber leider wahr. Indem Politiker, Beamte und Journalisten die Verteidigung unserer Grenzen in Frage stellen und die Rede ist hier nicht von der kaltblütigen Exekution unbewaffneter und volksamer Zivilisten, sondern von der bewaffneten Abwehr von Leuten, die trotz eindeutiger Warnungen vor Zäulen und Schlagbäumen nicht Halt machen. Indem sie dieses Vorgehen in Frage stellen, stellen sie auch die staatliche Durchsetzungskraft als Ganzes in Frage. Und damit alle Gesetze und Regeln, die wir in diesem Land haben. Wann immer ein Mensch, eine Gruppe oder eine ganze Nation offenbart, dass man bei der Durchsetzung der eigenen Vorstellungen nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen wird und nicht weiter, gibt man seinen Gegnern oder Menschen, die sich um diese Vorstellungen einfach nicht scheren, ein zuverlässiges Mittel zum Herbeiführen des eigenen Untergangs in die Hand. Damit wir uns hier richtig verstehen, ich denke, dass Gewalt niemals das erste Mittel des Staates bei der Bewältigung von Problemen sein sollte. Aber immer das letzte. Betrachten wir hierzu noch ein kurzes Beispiel. Wenn ich falsch parke, bekomme ich einen Strafzettel und Post vom Ordnungsamt. Wenn ich hierauf nicht antworte, folgen Mahnungen und irgendwann ein Brief vom Gericht. Wenn ich auch dies ignoriere, steht anschließend die Polizei vor meiner Tür. Und wenn ich dann Widerstand leiste und die Polizisten sich sagen, gut, dann lassen wir's, dann brauchen wir das scheiß Gesetz nicht. Wenn die Polizei nicht bereit ist, zuerst körperliche Zwangsmaßnahmen und wenn nötig auch Schlagstock und Schusswaffe einzusetzen, dann signalisiert man der Welt damit nur eine einzige Sache, nämlich dass jeder, der nur selbst brutal und rücksichtslos genug ist, über dem Gesetz steht. Nein, Freunde, so kann man keinen Staat führen. Die Durchsetzung aller Gesetze muss, wenn nötig, im Tod dessen enden, der sie übertritt. Ausnahmslos. Wer auch immer eine Regel über die Mittel und Wege stellt, die deren Einhaltung garantieren, der hat bereits alles Nötige zu deren Abschaffung getan. Es existiert kein Recht ohne Stärke und kein Gesetz ohne Macht. Es ist ein Recht, das ist ein Recht, das ist ein Recht, das ist ein Recht.